Na hallo zusammen, mich hier ist wieder heutzutage und für euch wieder für euch in Shadowlands unterwegs und zwar durch euch heute wieder so einen kleinen Toy Guide präsentieren. Heute geht es um ein Toy, das wir hier im Patch 9.25 uns erspielen können, beziehungsweise erspielen ist ein bisschen zu viel gesagt, wir können es uns einfach bei Händler kaufen. Und wo wir das herkriegen, will ich euch mal zeigen. Ich befinde mich einmal im Legion Dalaran und zwar hier in der verehrten Küste und dann befinden wir uns einmal hier auf den Koordinaten 43, 46 im Spielzeugladen und dort verkauft uns dann einmal hier ein NPC, der jetzt hier gerade im Roboter reingebackt ist. Verschiedene Spielzeuge, da kennt ihr schon das eine oder andere, hatte ich euch auch schon in Videos vorgestellt. Hier haben wir jetzt ein neues und zwar schimpft sich das Ohrenstöpsel der ruhigen Konzentration und das könnt ihr nicht nur hier kaufen. Sondern auch bei selben Spielzeughändler im Nord in Dalaran und in SW und auch in Ugrimmar. Ich zeige es euch hier mal auf WoW Head. In SW ist es der Spielzeughändler, der quasi hier immer im Handelsdistrikt außen rum läuft. Und in Ugrimmar habt ihr einen Spielzeughändler, der rennt hier anscheinend auch immer ein bisschen rum. Wenn ihr Ruf bei SW oder bei Ugrimmar habt als Hordler, könnt ihr euch das günstiger kaufen, kostet es nur 40 Gold. Hier im Legion Dalaran kostet es halt 50 Gold. Also es ist jetzt nicht der große Wurf tatsächlich. Ich habe mir das eben auch schon gekauft und einmal getestet. So ganz gecheckt habe ich es noch nicht. Und zwar es macht folgendes. Setzt die Ohrenstöpsel ein und schimpft euch so gegen die musikalische und stimmliche Beschallung durch eure Umgebung ab. Klingt soweit gut. Gut, ich habe gedacht, weil es das von dem Spielzeughändler gibt, dass er zum Beispiel den Zug, den man aufstellen kann, was ja auch ein Toy ist, dass das das abschirmt. Ich kann euch gleich schon mal verraten, das macht es nicht. Ich habe hier den Buff schon drauf. Ehrlich gesagt, ich habe ein paar Sachen getestet und nicht gecheckt, was das jetzt hier stummschaltet. Jetzt machen wir mal Zug. Ich habe die Ohrenstöpsel drin. Stell den Zug auf. Und ich müsste ihn trotzdem hören. Also dieses Wii, Wii kommt trotzdem. Das kann man dadurch nicht stoppen. Ich habe auch schon gecheckt, ich habe noch mal einen zweiten Account mit dabei. Ob das vielleicht irgendwie Spells von anderen Spielern unterdrückt. Zum Beispiel habe ich jetzt meinen Hunter hier noch. Tun wir mal einen Schuss reinhauen. Also auch das höre ich. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Vielleicht, wenn ihr rausfindet, was diese Ohrenstöpsel blocken, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Wäre eine coole Idee gewesen, wenn man so Tollsachen blocken könnte. Aber das scheint anscheinend nicht zu funktionieren. Aber es ist wieder ein Toll. Mehr kostet nicht viel. Ist schnell geholt. Und ja, das war es eigentlich mit dem kleinen Videoguide. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich weiterhelfen. Euer Tilla. Bis zum nächsten Mal. Ciao.